Ich darf Sie, ich darf Euch auch herzlich hier begrüßen im Remanach Hotel Bad Gögging. Wir dürfen uns heute freuen auf wirklich eine ganz besondere Veranstaltung. Es ist der achte Sponsoren-Grillabend hier. Wir sind heute zum achten Mal, nicht ganz in Folge, aber zum achten Mal im Monarch Hotel Bad Gögging am Rande des Trainingslagers der Mannschaft und dürfen hier über 200 Sponsoren begrüßen. Das ist so eine hohe Anzahl wie noch nie, das freut uns wirklich sehr. Es ist ein wunderschöner Vorplatz hier vor dem Hotel, vor der Almhütte. Ich glaube, bessere Bedingungen für einen Grillabend im Sommer kann man sich gar nicht vorstellen. Das Wetter ist wieder wunderbar, wie bei jeder Veranstaltung bisher. Und es ist einfach diese Herzlichkeit auch der Gastgeber von Herrn Lopaki und seinem Team, die es uns immer wieder eine Freude bereiten, dass wir hier wieder sein dürfen und hierher kommen können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt auch für unsere Sponsoren, dass sie eben auch abseits der Spieltage mal in so einer lockeren, geselligen Runde. Auch zusammenkommen. Viele kennen sich schon aus den letzten Jahren. Viele sind halt auch zum ersten Mal hier und lernen dann auch wieder neue Leute kennen. Und das ist einfach so der Charakter, den alle unsere Sponsorenveranstaltungen ausmachen, dass man einfach in einem lockeren Rahmen zusammenkommen kann, sich gegenseitig austauschen kann und dann vielleicht sogar in der Folge auch mal zusammenarbeiten kann. Ich finde den Grillabend äußerst gelungen. Es ist eine tolle Veranstaltung vom Jahr in Regensburg. Wir sind das erste Mal dabei als Sponsor und sind recht glücklich, dass wir hier dabei sind. Es ist natürlich sehr toll, dass man so ein Spiel einmal hautnah erleben kann, einmal ein persönliches Gespräch führen kann, dass man einfach mal die Jungs kennenlernt. Also wir sind Sponsor und es ist einfach ein Miteinander füreinander. Es ist eine kleine Familie irgendwie geworden und es ist einfach schön, gefühlt zu jedem Heimspiel nach Hause zu kommen.